hallo es ist so schön dass du da bist beim podcast stark mit claudia mein name ist claudia kielmann und in diesem podcast geht es um persönlichkeitsentwicklung trennungen resilienz und alles rund um beziehungen beziehung zu dir selbst und zu anderen personen in dieser folge geht es um ein zitat kreiere die größte vision für dein leben denn du bekommst das woran du glaubst dieses zitat ist von oprah winfrey was hältst du von diesem zitat von oprah winfrey bezüglich der vision alles quatsch oder macht es doch sinn schauen wir uns das heute einmal genauer an ist dieses zitat nicht das gleiche wie die selbsterfüllende prophezeiung oder manifestierung diese wird oft eher im negativen sinne als erklärung herangezogen gerade bei der selbsterfüllenden prophezeiung aber sie gilt natürlich auch im positiven sinne was bedeutet denn self fulling prophecy überhaupt ich versuche das hier mal zu erklären anhand eines beispiels du selbst stellst eine vermutung über deine zukunft an indem du davon ausgehst dass deine prüfung du nicht bestehen wirst weil sie so schwer ist dadurch meinst du die prüfung ist so schwer du hast gar keine lust dafür zu lernen und deine gedanken sind warum soll ich mich jeden tag hinsetzen und alles lernen ich schaffe es ja sowieso nicht dadurch lernst du deinen lernstoff nicht richtig und auch nicht so dass es im langzeitgedächtnis bleibt dann kommt der tag der prüfung und du stellst fest dass du viele fragen nicht beantworten kannst was passiert richtig du fällst durch die prüfung und damit hat sich deine vermutung bestätigt also eine selbsterfüllende prophezeiung die selbsterfüllende prophezeiung oder self-fulfilling prophecy ist also eine vermutung die sich dadurch erfüllt dass du dich unbewusst so verhältst dass die prophezeiung genauso eintrifft wie sie vorher von dir beschlossen wurde das war ein beispiel dass in die negative richtung geht selbstverständlich funktioniert das auch im positiven sinne auch hier ein beispiel wenn du ganz fest daran glaubt dass du vor einem geschäft einen parkplatz bekommst damit du keine schwierigkeiten hast deinen großeinkauf einzuladen denn heute geht es dir nicht gut oder du hast jemanden dabei denn nicht gut laufen kann dann findest du auch an diesem tag einen parkplatz und zwar in dem moment in dem du ihn brauchst das ganze wird auch als manifestierung im moment sehr häufig gebraucht wenn du jetzt also groß träumst und alles dafür tust dass du diesen traum leben kannst dann erfüllt er sich auch genau dies sagt ofrey winfrey in ihrem zitat also kreiere die größte vision für dein leben denn du bekommst das woran du glaubst letztendlich ist es eigentlich genau das was wir machen wenn wir ein vision board kreieren kennst du dieses werkzeug dieses tool vision board ein vision board wirst du in der regel häufig am ende eines jahres oder am anfang eines jahres machen du guckst dir an welche ziele und träume hast du und willst du unbedingt erreichen und diese träume und wünsche malst du oder kreierst du auf ein pinwand auf ein blatt papier wo auch immer du dir das vorstellen kannst um deine ziele und wünsche genau zu visualisieren und herauszufinden das kannst du am besten anhand von verschiedenen fragen machen wenn du dann dein vision board erstellt hast dann hängst du es irgendwo dorthin wo du immer hinschaust wo du immer dran vorbeikommst somit siehst du jeden tag wie deine zukunft aussehen könnte und das motiviert dich so dass du die erforderlichen schritte unternimmst um eben auch deine ziele und wünsche zu erreichen und genau davon spricht auch dieses zitat überlege dir wie ist deine größte vision für dein leben und dann bekommst du das woran du glaubst Oprah Winfrey selbst hatte übrigens keinen guten start ins leben denn sie wurde als uneheliche tochter von ihren minderjährigen eltern geboren und in ihrer jugend wurde sie sexuell missbraucht bekam ein kind das kurz darauf starb wurde es alkohol und drogensüchtig und erst ihr aufstieg begann mit einem job bei einem radiosender und endete dann mit ihrer denkwürdigen eigenen talkshow im eigenen sender sie gilt als eine der reichsten frauen in amerika aber auch als eine der spenden freudigsten frauen der welt und damit ist klar dass diese satz kreiere die größte vision für dein leben denn du bekommst das woran du glaubst das ist nicht etwas was sie nur so gesagt hat sondern sie hat es gehe und erlebt welche große vision hast du und was tust du dafür ich hoffe du konntest etwas mitnehmen aus dieser kurzen aber für mich wichtigen podcast folge vielleicht überlegst du heute mal was deine größte vision für dein leben ist denn dann bekommst du das woran du glaubst vielen dank opel winfrey für diesen tolles zitat ich freue mich sehr wenn du auch weiterhin zuhörst alles gute deine claudia alles gute alles alles Untertitelung des ZDF, 2020